Nachdem wir nun endlich mit Silver Deadshot fähig geworden sind, ist es langsam Zeit für die letzte Episode. Alle drei Helden zusammen, um den wahren Feind zu bekämpfen. Nämlich, nun ja, Mephylis im Sinne. Mephylis ist ja der Gegner, der muss ja eigentlich auch noch leben. Ich meine, ich hätte halt ihn ja nicht versiegeln können, um vernichten, als rechte er hat ja nur seine Klone wahrscheinlich eliminiert. Ich weiß nicht, das Ende aber. Ich bin ja jetzt so ein bisschen gesteif. Von daher, schauen wir mal, was uns erwartet und ich kann es sagen, ich habe keinen Bock darauf. Wortwörtlich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, jemanden. SONIC! SONIC! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt, Chaos Emerald, es ist Zeit für den finalen Kürt'in-Koll. Die 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 Kürt'in-Koll. Ähm, genau. Die Kürt'in-Koll. 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 Putt'in-Koll. Die Kürt'in-Koll. There we go.